meine liebe grüße euch hier zu meinem video ich begrüße dich hier zu meinem video ja ich habe hier ein rezept beziehungsweise ein rezept video falls das für dich interessant ist wir machen hier hängchen frikadellen kann man so sagen mit gemüse ja die mache ich rein für mich weil es keine außer familie sowas ist und ich friere sie für mich ein habe ich so schnell für mich zum beispiel auf die schnelle mein essen fertig brauche ich nur aufwärmen in meine heiße luft fritteuse oder in der pfanne oder mikrowelle kann man das auch dann machen und ja ich würde nur sagen ich quatsch nicht lange rum ich zeige euch einfach was ihr dafür braucht wir brauchen ein und fleisch ja ich überlege gerade mache ich das mit einer hälfte oder mit zwei hälften dass es nicht dann zu viel ist ihr müsst dann halt gucken nee das wird nicht so viel sein ich benutze die ganze packung sind 600 gramm hier drin das werde ich gleich im mixer klein machen ihr braucht dafür so ein bund sage ich mal schon so ein sträuchchen broccoli ja dann braucht ihr dann braucht ihr möhren ich habe mich für vier entschieden und reibe käse ansonsten würde ich mal sagen gehen wir los wir kochen zuerst brockoli ab und dann schnippel den rest dann brauchen wir oder du deine lieblings gewürze noch dazu wir brauchen noch zwei eier ja und da machen wir kneten wir und formen daher mädchen im 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wird dein Gericht sagen wir mal so genauso wie es im Rezept nachgezeigt ist also gezeigt wurde die Frage genau weil bei mir gelingt das nicht immer das ist genau 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 nach dem Rezept auch ne so ist ich mache meine Trikadellen in meinem Airflyer in meine Heißluftfrigöse das ist für mich am besten ich forme mir direkt ein paar große Stücke damit ich so zwei sagen wir mal pro Tag esse je nachdem na so gucken wir mal ob ich was kneten kann die Anna aber ich glaube ich kann kneten ich probiere mal Anna pssst ich kaufe dir jetzt deinen Karton ja ja also ich kann formen machen und die sollen ja flüffig werden ne ähm so somit ähm mach ich das glaube ich alles im Schnelldurchlauf ähm ähm beziehungsweise weil ich gar nicht schwierig meine Kamera ausmachen soll ähm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja, so ein Stück, alles kaputte Haare ab. Meine Freundin war spontan hier da und hat was abgeholt. Sie ist Friseusin. Wir sehen uns sehr, sehr, genau. Ich danke ihr auch dafür, weil, ja, meine Haare haben zwar gesund ausgesehen, aber trotzdem, wenn man genau hinguckt, war alles nur die Spitzen teilweise halt kaputt und ich hatte es mir ja selbst mal ein bisschen zurecht geschnitten. Und dann hat sie mir angeguckt und denkt, er sagt, ja, nein. Ja, auf jeden Fall. So ist gut. Ich habe hinten jetzt richtig weiches Haar, gesundes Haar, also so gesund nicht vielleicht, aber dieses kaputte, dieses streue, dieses trockene ist nicht da. Natürlich weiterhin mache ich schön Masken und, ja. Ich wollte halt euch nur sagen, dass ich meine Haare geküsst habe, so einfach, dass das, genau. Besser so, bevor sie noch ganz kaputt gehen und, ähm, ich kann ja immer noch einen kleinen Zopf machen und, ähm, vieles anderes mit dem, mit dem Frisur anstellen, sagen wir so. Ähm, ja, ansonsten will ich Schluss machen mit dem Video hier, sonst habe ich Quatsche ohne Ende. Hab euch lieb, ähm, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gerne freue mich natürlich über die Däumchen nach oben, kommentieren oder ein Smiley schicken oder ein Herzchen, wie du magst. Ähm, halt, ob du die Frikadellen schon mal gemacht hast, ähm, dann weiß ich halt einfach, ähm, dass das Video angeschaut wurde und eventuell auch gefallen wurde. Ja, das liegt mir sehr am Herzen, ähm, ansonsten, ja, bleib gesund, äh, hab noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer, wann du immer auch mal ein Video schaust. Hab, äh, liebe Leute um dich herum und, ja, Gesundheit auf jeden Fall an erster Stelle. Und sage ich hiermit bis morgen und bis zum neuen Video und ciao, 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 deine Xenia.